Ich werde heiraten. Was? Warum? Ihr werdet euch sicher fragen, wo meine bezaubernde Frau geblieben ist. Nein. Ich bin ein freier Mann. Ich bin ein freier. Sie haben gehustet. Das alles existiert nur einmal, kommt in aller Ewigkeit nicht wieder. Das ist deine einmalige Chance. In unserem einmaligen Leben also, Peter, Peter, wie geht's dir? Beschissen. Ja. Ja. Ja, sie hat dann gesagt, dass sie gerne mit mir ins Bett gehen möchte und ja, das hat mich sehr gefreut. Und ja, das hat mir gesagt, tschau. Na gut, ich habe auch tschau gesagt. Man muss mit allem rechnen. Auch mit dem Schönen. Das sind fertig. Der alte Bart. Ver 나눌 es dir wieder immer. Ich halte es dir, Paul Katten. Ich halte sie nach, du sein.